Hallo und willkommen bei den How2Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf eurem Samsung Galaxy A25 einen Klingelton einstellen und ändern und einrichten könnt. Dazu gehen wir einmal in unsere Einstellungen und suchen hier dann den Punkt Töne und Vibration heraus. Dann sehe ich auch schon gleich, Klingelton ist gerade Samsung Markensound, also Galaxy Bates. Wenn ich darauf tippe, kann ich mir einen anderen raussuchen. Da klicke ich mich einmal eben durch. Wenn ich dann einen ausgewählt habe, tippe ich einfach auf Zurück, muss da nichts bestätigen oder so und sehe dann hier gleich, Klingelton hat sich geändert auf Sky High. Ich kann natürlich auch noch den Benachrichtigungston ändern, aber auch wenn ich drauf tippe, die Klingelton Lautstärke anpassen. Des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit, hier rechts oben auf das Plus zu tippen und dann eine Soundauswahl aus meinen eigenen Dateien zu treffen. Also quasi euer Lieblingslied oder so, alles was ihr gedownloadet habt. Wir haben jedoch kein Lied so richtig, deswegen mache ich das nicht. Aber so leicht könnt ihr dann euren Klingelton ändern und anpassen auf eurem Samsung Galaxy A25. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss! Ja, ciao! Bis zum nächsten Mal.